Herzlich Willkommen am einzigen Ort der naturwissenschaftlichen Wahrheit in dieser Welt. Ja, es ist traurig mit anzuschauen. Bitte stellen Sie wieder mit dem Zahnrädchen das Tempo schneller, weil ich halt sehr langsam rede. Und hier unsere Tagesthemen, kurz Nachrichten und Tagesthemen, heute etwas gemixt. Dann stelle ich erst mal unser schönes Tagesbild ein. Ich glaube, ein bisschen tiefer noch. So, ich glaube, so können Sie es ganz gut sehen. Ja, es ist alles ein bisschen traurig. Es ist traurig anzusehen, dass die ganze Welt sich in Irrtümern bewegt. Dass sie sich darin bewegt, zu jammern und zu klagen über all das, die Missstände. Und sich überhaupt nicht mit einer ursächlichen Lösung des Problems beschäftigt. Und wenn man sich mit Lösungen beschäftigt, dann sind es oft Lösungen, die mehr Schaden anrichten, als sie das Problem lösen würden. Traurig mit anzuschauen. Schluck Wasser. Ja, gehen wir doch gleich mal ein bisschen zu den Tagesthemen. Ja, es ist auch traurig mit anzuschauen, Dr. Medrüdiger Dahlke zu sehen bei Robert Stein, bei Nuo Viso TV, auch zum Thema Corona. Das ist so traurig mit anzusehen. Und einerseits hat Dr. Medrüdiger Dahlke so viel durchaus realistische Einsichten in die Dinge. Ja, aber dann klagt er auch eben nur darüber, dass natürlich die gesamte Pharmaindustrie und so weiter kämpft gegen die von ihm für gut befundene oder wichtig eingeschätzte Komplementärmedizin, wie er das nennt. Aber anstatt, dass er mit den nextscientistsforfuture.de zusammen das Problem löst, nämlich dass die Komplementärmedizin in jeder Form Chancengleichheit bekäme. Also die nextscientistsforfuture wollen ja den Markt völlig öffnen, sodass jeder eine Hausarztersatzpraxis aufmachen kann, wenn er genügend Kunden hat. Warum nicht sozusagen, die an seine gesundheitsförderliche Wirkung glauben? Dann soll das so sein. Und dann gucken wir mithilfe der Wohlfühlstimme, der Gesundheitsdaten und der Langlebigkeitsdaten und der Wirtschaftswunderdaten, ob diese Hausarztersatzpraxis dann eben schädlich ist für die Menschen oder den Menschen gut tut. Und dann können wir rausfiltern und dann wird sich mancher Schulmediziner als schädlich erweisen und wird keine Verdienstzuschläge bekommen und wird seine Praxis schließen müssen, seine Hausarztersatzpraxis, seine Gesundheitskommune schließen müssen. Und mancher Komplementärmediziner oder mancher ja auch esoterische Heiler wird vielleicht viele Verdienstzuschläge bekommen und seine Hausarztersatzpraxis beziehungsweise Gesundheitskommune ausbauen können. Ja, also da wird man Überraschendes wahrscheinlich erleben, weil wir Naturwissenschaftler sozusagen natürlich dem Motto folgen, wer bewiesenermaßen die Gesundheit seiner Kunden fördert und das wirklich mit harten Daten belegt und bewiesen ist. Wie gesagt, Wohlfühlstimme als Wahlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, Wirtschaftswunderdaten und so weiter, ja, das wird dann vom Statistischen Bundes- und Wahlamt Wiesbaden ausgewertet und wer das beweisen kann, der hat Recht, ja. Wenn die Daten, wenn die Daten das beweisen, dann gibt es Verdienstzuschläge und dann nur Praxen mit Verdienstzuschlägen können dann in Zukunft noch überleben im Wettbewerb. Schluck Wasser. Ja, Rüdiger Dahlke bringt so interessante Gedanken nochmal auf, wie das, was wir auch schon lange gesagt haben. Ja, wollen wir denn sozusagen, er sagt so ungefähr sowas, wie wollen wir denn alle Wirtschaft ruinieren? Und am Ende bleibt nur noch eine starke Pharma-, Medizin- und Impfindustrie übrig? Genau, darauf läuft es aber hinaus, ja. Und Robert Stein und er, sie fragen beide, ja warum, was steckt dahinter? Es steckt gar nichts dahinter, sondern es ist ganz einfach. Seit Jahrzehnten bezahlt die Pharma-Industrie und Medizin-Industrie die öffentlich-rechtlichen Leitmedien über Werbespots. Und da kommt es zu Evolutionsprozessen, dass eben dort sich Journalisten angehäuft haben, die einfach von wirklich zutiefst glauben, dass die Pharma- und Medizin-Industrie gut für uns sein, also der Mainstream dessen, und so kommt es dann automatisch dazu, dass quasi die Regierung aller Länder dieser Erde, bis auf wenige wie Schweden und Weißrussland, dass die Regierung quasi von dem Mainstream der Pharma- und Medizin-Industrie übernommen worden ist. Ja, und das ist ganz normal, das ist unter Bedingung von ungelenktem Markt- und Arbeitsteilung ganz zwangsläufig. Deswegen ja auch immer sagen wir ja, ja, wir müssen Markt- und Arbeitsteilung endlich gezielt lenken, und zwar durch unsere Wohlfühlstimme, unsere Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten und die Wirtschaftswunderdaten des Landes müssen wir die Wirtschaft lenken, den Menschen zu dienen und eben nicht auf Kosten der Gesamtwirtschaft tätig zu sein, denn das, was wir im Moment haben, ist ja quasi, dass die Gesamtwirtschaft geschädigt wird und das Einzige, was finanziell stark daraus hervorgehen wird, wird im Prinzip die Pharma-Industrie, die Testindustrie, die Impfindustrie und die Medizinindustrie sein. Auch wenn die Medizinindustrie teilweise geschädigt wird, weil, ja, obwohl, ich glaube, die Tatsache, dass viele Betten im Krankenhaus leer sind, das wird ja auch wieder gut vergütet, also ich glaube dann, also alle Teile dieser Medizinindustrie werden dann am Ende doch also gut rauskommen aus dem Ganzen. Aber alles andere offensichtlich nicht oder vielleicht noch Amazon und noch ein paar andere. Es gibt ja immer Krisengewinn davon etwas und der Rest geht kaputt. Ja, und dann sagt Dr. Med. Rüdiger-Dahlke noch etwas Interessantes. Sein Eindruck ist, dass also die Medizinhörigkeit in Italien und Spanien besonders groß sei und daraus resultieren auch jetzt eben besonders viele Tote. Ja, weil eben je größer die Medizinhörigkeit in einem Staat, das hat ja schon Dr. Med. Gerd Reuter vermutet und harte Zahlen dafür gebracht vom Statistischen Bundes- und Wahlamt Wiesbaden, da sterben die Menschen umso mehr durch eine überbordende, eben nicht gelenkte Medizin, sondern eben ihr Geschäft ganz normal betreibende Medizin. Ja, am Ende, wie gesagt, die Antwort ist ganz einfach. Die tiefste Ursache von allem ist, dass wir, dass die Masse der Menschen glaubt, Markt und Arbeitsteilung, freier Markt und freie arbeitsteiligige Systeme brauchten keine besondere Lenkung. Und aufgrund dieses Irrtums entfaltet jedes der Systeme, das Gesundheitssystem, das Bildungssystem, das Arbeitsamtssystem, sie können jedes System Deutschlands nennen, jedes System nennen, alle entfalten sie riesige Schäden und richten riesige Schäden an, weil ein anti-naturwissenschaftlicher Aberglaube in der Welt herrscht, wir könnten Markt und Arbeitsteilung freilaufen lassen. Und ja, dann haben wir hier, ich muss aber links erst einmal zurück. Ja, und bei Bodo Schiffmann ist ja das gleiche Traurige, das auch Bodo Schiffmann nicht erkennt. Und wir müssen doch die Struktur, wir brauchen doch die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege der nextscientistsforfuture.de, damit es nie nach der Schweinegrippe und jetzt der Corona-Geschichte nicht bald die Elefantengrippe gibt, dann irgendwie die Flughundegrippe und als nächstes das und das, also damit sich das nicht jedes Jahr, jedes zweite, jedes dritte Jahr wiederholt. Und das Traurige ist eben auch, dass Sarah Wagenknecht und alle, die ähnlich denken wie sie, auch nicht verstehen, dass Markt- und Arbeitsteilung generell tödlich für uns alle sind, solange sie ungelenkt sind. Und dass sie glaubt, dass im Wesentlichen eine Umverteilung von oben nach unten das Problem lösen würde und vielleicht noch ein bisschen Umweltschutz, in Wahrheit, aber das uns gar nicht viel bringen würde, weil es dann noch tausend andere Probleme gibt, die Markt- und Arbeitsteilung zwangsläufig verursachen. Zu tieferen Erklärungen bitte, Sie haben hier 600 Internetsendungen in den Playlists zur Auswahl, wo alles ganz tief, wo in vielen Sendungen ganz tief erklärt wird. Ich kann nicht immer wieder alles wiederholen und sozusagen, dass Sie Ihnen alles immer wieder in jeder Sendung neu belegen. Ja, nur der Vergleich wäre aussagekräftig. Ach so. Dann, ja, ein paar Kurzmeldungen. Zwangstests und Zwangsquarantäne nach Urlaub. Was ist das noch für ein Urlaub? Wenn man eigentlich schon Angst haben muss, nach dem Urlaub geht es ab in die Zwangsquarantäne, ja, und dann wird man auch noch zwangsgetestet und so weiter. Dann, naja, gut, muss wissen die Leute wissen, ob das noch ein toller Urlaub ist. Ja, dann wird berichtet, dass in Schweden angeblich fast schon 6000 Menschen gestorben seien in irgendeiner Verbindung mit Corona. Also, wie gesagt, wir wissen ja nie, ob an Corona oder mit Corona, hauptsächlich an Corona, hauptsächlich an was anderem, Schluck Wasser. Und dann wird behauptet, ja, in Schweden könne das jederzeit wieder aufflammen, aber das ist unwahrscheinlich, denn Schweden hat ja dem Virus fast völlig freie Bahn gelassen. Also, über die Schulkinder ist es über die Eltern in die gesamte schwedische Wirtschaft eingedrungen, das Virus, und über die Lehrer dann auch und deren Partner auch wieder über den Rest der Wirtschaft sozusagen, sodass wir sagen können, wahrscheinlich sind alle Schweden schon mal dem Virus begegnet, was übrigens nicht heißen muss, dass sie testpositiv sein müssen in irgendwelchen Tests, denn manche Menschen haben wahrscheinlich so starke Abwehrsysteme, Abwehrimmunsysteme, dass ihre Schleimhäute schon Viren abwehren und deswegen gar kein Eindringen in Zellen möglich ist und deswegen sich dann auch gar keine Antikörper bilden können, weil wer ein super starkes Immunsystem hat, kommt wahrscheinlich gar nicht in die Verlegenheit, Antikörper bilden zu müssen. Ja, so, dann muss ich noch einmal von hier aus ein paar Sachen lesen, ein paar Kurznachrichten. Ja, zur Frage neuer Parteien, es sind ja jetzt drei neue Parteien im Gespräch. Ja, vielleicht geht Partei in Deutschland generell nur durch zwei Faktoren. Entweder man begeht wie die Grünen Straftaten und sägt Strommasten um und kommt so in die große öffentliche Aufmerksamkeit. Oder man hat so Riesenpromis wie bei der AfD. Zum Beispiel war da Hans-Olaf Henkel, das war ein großer Wirtschaftsmann, der sowieso schon in den Großmedien aus- und einging und so weiter. Und wenn man solche Promis am Anfang dabei hat, dann kann es funktionieren. Also entweder Strommasten umsägen wie die Grünen oder Riesenpromis dabei wie bei der AfD oder vergesst es mit Parteien. Denn wahrscheinlich geht es anders gar nicht in Deutschland, weil die 5%-Klausel zuverlässig jede neue Partei verhindert, außer den zwei Ausnahmeerscheinungen, Grüne und AfD. Ein Irrtum würde retten. Weißrussen und Schweden nicht so empfindlich für Corona wie der Rest der Welt. Ja, vielleicht ist es so, dass sozusagen die Angriffe auf Weißrussland und Schweden nur daher so verständlich sind. Ach so, nee. Jetzt habe ich es, worum es bei dieser kurzen Nachricht ging. Es ging darum, was wäre, wenn sich am Ende rausstellt, dass Weißrussland und Schweden eben ohne Lockdown am besten gefahren sind, weil sie sich jedenfalls nicht, jedenfalls nicht einen Selbstmord angesichts von Corona begangen haben. Und da würde dann ein neuerlicher Irrtum, würde dann natürlich die Politik und so weiter alle Entscheider retten. Sie müssten ja einfach nur behaupten, die Weißrussen und die Schweden waren halt nicht so empfindlich für Corona wie der Rest der Welt. Und deswegen sozusagen ist in Weißrussland und Schweden nichts passiert. Aber das liegt daran, weil die irgendwie nicht so empfindlich für Corona waren. Und schon wäre die Politik wieder fein raus, sozusagen. Oder wir auf der anderen Seite allerdings gibt es ja auch die Möglichkeit zu sagen, nein, wir greifen ja Schweden und Weißrussland nur ein, weil die eben kein Superspreader werden sollten für den Rest der Welt. Naja gut, also wie gesagt, es wird schon am Ende, wird es immer irgendein Irrtum geben, mit dem sich diejenigen, die verantwortlich sind dafür, dass die gesamte Wirtschaft ruiniert wurde, der einzelnen Staaten, da wird es schon immer eine Ausrede geben. Also da werden wir, irgendwann werden wir eine Version hören, die dann also sozusagen als Ausrede dann erfolgreich dient. Ja und dann müssen wir uns klar machen, also ich habe ja in den letzten Sendungen über einen Schluck Wasser gesprochen über, ja letztendlich auch darüber, dass eben zum Geschäftsmodell der Medizin eben auch gehört, die Vorstellung, dass man um jeden Preis, den Preis muss ja dann immer die Gesellschaft bezahlen, in Bahrer Münzer direkt an die Ärzteschaft sozusagen, dass man um jeden Preis Leben retten müsse. In den letzten Jahrzehnten ist es also gelungen, der Kosmetikindustrie, auch sozusagen, der ist es gelungen, dass mittlerweile sogar schon für Kinder kosmetische Produkte angewendet werden. Und genauso ist es dann der Medizin, dem Mainstream der Medizin gelungen, dass man auch schon bei Ungeborenen, anstatt der Natur seinen Lauf zu lassen, schon, dass man auch, dass es gelungen ist, Operationen an Ungeborene zu verkaufen, sozusagen an Kinder, die im Mutterleib schon Schäden zeigen und anstatt da eben zu sagen, okay, wir wollen diese Kinder nicht quälen und sie dann zu einem leidvollen Leben von Operation zu Operation und so weiter, von Krankenhausaufenthalt zu Krankenhausaufenthalt schleppen, sondern akzeptieren einfach, dass dieses noch nicht geborene, ungeborene Kind und einfach sozusagen so, wie die Evolution sowieso ganz viele Lebewesen ja sowieso nicht fürs Leben vorsieht, sondern die Evolution ist ja ein grausamer Mechanismus. Sie kombiniert genetisches Material nach Zufallsmechanismen völlig neu und da können natürlich kommen ständig, ich glaube, ein Großteil der Eizellen, der befruchteten Eizellen, geht sowieso einfach so ab, weil es einfach so viel, ja, so viel, ja, wie könnte man sagen, Abfall dabei gibt, ja, weil wenn die Evolution, wenn sie mit zufälligen Mechanismen genetisches Material durcheinanderwirbeln, kommt halt auch sehr viel nicht überlebensfähiges raus oder irgendwie nicht gut überlebensfähiges raus und wenn man das alles jetzt am Leben erhalten will, dann richtet man ja auch letztendlich riesige Schäden an, weil das sind dann Kosten ohne Ende, wenn man das dann noch schafft, dass diese genetisch sozusagen sehr ungünstigen Kinder dann später selber wieder Kinder bekommen, dann transportieren sie also diese Zufallslotterie der Gene mit ungünstigem Ausgang, transportieren sie quasi in die Zukunft hinein und damit bringen sie immer wieder Geld für die Medizinindustrie, aber die Gesellschaft geht dabei kaputt, ne, Schluck Wasser. Und eben, wie gesagt, diese Menschen leiden ihr ganzes Leben, aber sie leiden und bringen Geld für die Medizinindustrie und das ist das Problem dabei, ja. Wie gesagt, mit Gesundheitsdaten, also mit Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und Wirtschaftswunderdaten muss die Medizinindustrie gelenkt werden dahin, dass sie nicht mehr gegen die Gesellschaft arbeitet, sondern für die Gesellschaft und für mich arbeitet, ja. Also weil die, wenn es nur noch Verdienstzuschläge gibt, wenn meine Wohlfühlstimme besser wird, meine Gesundheitsdaten besser werden, meine Langlebigkeitsdaten gut laufen sozusagen und dann auch noch die Wirtschaftswunderdaten für Deutschland sich gut entwickeln, dann, ja, dann, ja, dann lenkt das den Arzt auch hin zum Aufgeben chronisch Kranker, Neugeborener und so weiter, ja. Übrigens, die Wirtschaftswunderdaten darf man natürlich nicht zu krass, nicht zu hoch gewichten, denn was passiert, ja, wir wollen ja, dass die, dass der Arzt den Menschen hilft, dass sie sich wohlfühlen, immer mehr wohlfühlen, dass sie immer gesünder werden und immer länger leben bis zu einem Maximum von 127 Jahren. Wenn man die Wirtschaftswunderdaten zu hoch gewichten würde, dann könnte der Arzt sozusagen, ja, dann eher darauf kalkulieren, dass jemand, der sich entschieden hat, aufzuhören zu arbeiten und voll von der Rente zu leben, dass der sich sozusagen, dass der Arzt, sein Arzt dann ihm nicht mehr hilft, sodass der dann verstirbt und keine Rente mehr verbraucht. Also deswegen muss man also bei den Gewichten der Wirtschaftswunderdaten sehr vorsichtig sein. Es darf also nicht zum Ziel des Arztes sein, werden aufgrund der Wirtschaftswunderdaten oder mit Rücksicht auf die Wirtschaftswunderdaten sozusagen seinen Kunden, dass er aufhört, denen zu helfen, 127 Jahre alt zu werden. Also da muss man schon vorsichtig mit umgehen. Man muss sich klar sein, dass das teilweise Gegensätze sind, auch wenn wahrscheinlich viele Menschen, so wie in Okinawa noch vor einigen Jahrzehnten mit 110 Jahren noch munter am Arbeitsleben teilnehmen und gar keinen Gedanken haben, irgendwie in Rente zu gehen. Aber es wird sicherlich trotzdem Menschen geben, die vielleicht trotzdem dann mit 80 in Rente gehen und dann noch bis 127 leben oder so. und da müssen wir schon so vorgehen, dass eben die die Wirtschaftswunderdaten bloß nicht so hoch gewichtet werden, gewichtet werden dürfen in dem Ganzen, damit es eben nicht zu irgendwelchen Entscheidungen kommt, sondern der Arzt soll letztendlich am besten verdienen, wenn der Mensch erst mit 127 stirbt. Schluckwasser. Ja, alles. Ja, ich habe gestern einen kleinen Fehler gemacht, da bin ich von den Next Scientists for Future auch darauf aufmerksam gemacht worden, von einigen der Professoren der Next Scientists for Future. Ich habe gesagt, dass der Staat ganz verschwinden könnte. Ja, aber da der Fehler dabei ist, es muss ja was übrig bleiben. Wir müssen ja Markt und Arbeitsteilung durch das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden weiterhin lenken. Also das heißt, vielleicht bleibt am Ende von jedem Staat nur noch sein Statistisches Bundes- und Wahlamt zur Lenkung von Markt- und Arbeitsteilung und zur Errechnung der Verdienstzuschläge übrig, weil sonst ja sozusagen, wir wollen ja nicht zurückgehen sozusagen in ein Kommunenleben ohne Markt- und Arbeitsteilung. Ich glaube nicht, dass das sinnvoll wäre, da davor wieder zurückzugehen und da aber Markt- und Arbeitsteilung immer der Lenkung bedürfen, was ich ja schon tausendmal gezeigt habe, warum? Ja, wird uns nichts anderes übrig bleiben, dass also von jedem Staat der Erde dann, wenn alle pazifistisch geworden sind und so weiter, eben mindestens eben das Statistische Bundes- und Wahlamt übrig bleiben muss und das stört ja auch nicht weiter. Also ich glaube, es stört nicht weiter, wenn die Grenzen theoretisch erhalten bleiben und das Statistische Bundes- und Wahlamt jedes Staates der Erde innerhalb seiner Grenzen die Aufgabe weiterhin übernimmt, die Verdienstzuschläge zu errechnen anhand der Wohlfühlstimmen, der Gesundheitsdaten, der Langlebigkeitsdaten, der Wirtschaftswunderdaten und vieler anderer, kleinerer Steuerelemente, die in ähnlicher Weise die Menschen lenken, das Richtige zu tun im Rahmen von Arbeitsteiligen und Marktsystemen und so weiter, anstatt wie bisher riesige Schäden anzurichten. Und genau genommen ist das, was viele jetzt beklagen, dieses riesige Schäden, die durch das Thema Corona angerichtet werden, müssen uns klar sein, das ist der Steherschaden, den zwangsläufig immer wieder, auch Kriege sind etwas, sind Schäden, die zwangsläufig immer wieder von ungelenktem Markt und ungelenkter Arbeitsteilung zwangsläufig immer wieder neu und regelmäßig erzeugt werden. Und wenn wir immer nur darüber klagen und jammern, dass es so ist, anstatt zu sagen, wir müssen endlich mithilfe der nextscientistsforfuture.de die Ursache beheben, dann können wir noch die nächsten, dann müssen wir halt die nächsten Jahrhunderte weiter klagen und jammern. Schluck Wasser. Jeder Staat muss die Effekte jedes Importes, ah ja, nein, also wir müssen uns auch klar sein, vielleicht muss der Staat auch noch der Reststaat, der noch übrig bleibt, auch noch die Effekte jedes Importes auf seine Bürger messen. Ja, weil wir wollen ja sozusagen, wenn wir feststellen, dass ein bestimmter Import die Wohlfühlstimmen, also die, stellen wir uns vor, zehn Millionen Deutsche kaufen ein bestimmtes Produkt, das importiert wird. und dann stellt man fest, stellt das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden fest, diese zehn Millionen Käufer dieses Produktes entwickeln schlechtere Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten und Längenlebigkeitsdaten. Dann müssen wir doch das, dann müssen wir doch auch da gewaltig hohe Importzölle auf dieses Produkt legen können. Also insofern brauchen wir da doch auch noch einen Reststaataspekt. oder hat jemand eine andere Idee, wie sich also das lösen lässt, aber vielleicht müssen wir eben so einen Reststaat behalten, für manche Funktionen noch. Denn wie gesagt, es wird auch sicherlich ja noch eine Zeit lang brauchen, bis es keine Straftaten mehr gibt und vielleicht brauchen wir auch noch einen Reststaat noch, weil vielleicht doch immer mal wieder irgendwo vereinzelt eine Straftat vorkommt, auch wenn sie in einem gesunden Staat sehr unwahrscheinlich ist. Ja. Oder brauchen wir etwa ein statistisches Bundesamt der Erde? Also ein Eins für die gesamte Erde? Wäre auch denkbar, aber wie gesagt, das sind alles Zukunftsgedanken, die sind eigentlich nicht alle unwichtig, weil diese Probleme, diese Fragenstellungen stellen sich erst einmal, erst mal stellt sich einfach nur die Frage, ob der Staat Deutschland oder Österreich oder Schweiz oder die USA von den Next Scientists for Future sozusagen sich total sanieren lassen möchte oder nicht sozusagen. Ja, und alles andere, diese Detailfragen kann man ja dann lösen und diese Probleme lösen, wenn sie dann anstehen. Gmx berichtet wieder und als ob und berichtet wieder so, als ob die Grippe nicht auch lange dauern würde sozusagen, bis alles wieder fit ist. Also da wird dargestellt, oh ja, Patienten, die Corona hatten, haben noch wochenlang Nachwirkungen zu spüren. Ich möchte nicht wissen, wie es bei einer kräftigen Grippe ist, wie viele Monate es dort dauert, bis die Leute wieder richtig fit sind und was für Folgeschäden auch eine kräftige Grippe hat. Ja, das ist ja, also wenn sie, wenn sie eine Grippe gerade so eben überlebt haben, also ich glaube nicht, dass das nach ein paar Tagen alles wieder weg ist, sondern wenn man die vergleichen würde miteinander und das parallel betrachten würde, würde man wahrscheinlich feststellen, dass sich das nicht viel gibt, sondern dass auch die Nachwirkungen einer Grippe und die Folgeschäden einer Grippe noch lange sichtbar sein dürften. Ja, deswegen wäre die Frage, liebe GMX-Journalisten, wie sehen denn die Berichte von schwerst Grippekranken aus, die gerade so eben noch überlebten, die Grippe? Nur der Vergleich wäre ja dann aussagekräftig, ja. So. Ja, dann schauen wir doch mal, ob wir diese wissenschaftliche Tagesschau heute damit erledigt haben. Ja, also, tschüssi, bis bald!